Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Phasmophobia Weekly Challenge. Heute begeben Steve und ich uns nach Fleasdale. Können Sie sich das mal vorstellen? Hallo? Naja, hallo. Du bist doch die letzten zwei Maler auch dabei gewesen. Okay, erzähl weiter. Die Leute, die das geguckt haben, die wissen, dass du dabei bist. Und ich bin tatsächlich bisher, oder wir sind tatsächlich bisher noch gar nicht wirklich schlau geworden aus dem, was im Herausforderungsmodus steht. Ihr lest es ja gerade wieder. Hase und Igel. Hase, gib alles. Dieser Geist ist besonders gebrechlich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wir damit anfangen. Hast du eine Idee? Ich kann mir vorstellen, dass es eine Now-Hiding-Challenge ist, wo der Geist aber super slow ist. Das kann gut sein. Aber ich würde einfach sagen, wir hüpfen einfach rein und versuchen einfach herauszufinden, was Sache ist, oder? Und let's hop into the game. Let's go. Let's hop into the game. Okay, also. Wir haben David Anderson. Ja, mal gucken. Was nehme ich noch? Wenn ich nehme IMF... Also du gehst wieder davon aus, dass wir alle Beweise haben, ne? Ja, ich gehe stark davon aus, dass wir wieder alle Beweise haben werden. Steht ja sonst immer explizit da, wenn es nicht der Fall ist. Besonders langsam oder schnell sind wir auch nicht, wa? Noch ein bisschen sch... Ich guck erstmal nach dem Breaker hier hinten. Äh, ja, habe ich hier. Okay. Ich bin gerade erschrocken. Ich habe gerade von hier unten gehört, wie du den Breaker oben angemacht hast. War schon ziemlich... Ich bin ja unten. Du bist unten, achso. Ich dachte, du bist oben. Ich habe unten den Breaker angemacht. Okay. Ups. Aber es sieht so aus, als hätten wir Hiding Spots. Sind Hiding Spots da? Ist vielleicht... Nee, der Hiding Spot nicht. Okay. Vielleicht auch nicht. Ich habe jetzt auch gerade gar nicht nach der Sanity geguckt, wie hoch die ist. Stimmt. Aber es ist nicht so schlimm. Guck mal, wie... Ja, hier ist ein Hiding Spot. Naja, man kann... Also, ich habe... Man kann sich potenziell hinter der Tür verstecken. Äh, hinter der Tür, sag ich schon. Hinter der Uhr verstecken. Aber, ähm... Ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig verlässlich ist. Aber ich gehe mal nach der Sanity gucken jetzt, bevor ich jetzt nicht mehr weiß, was ich mit mir anfangen soll. Sieht so aus, als hätten wir voll... Bisher noch keine Orbees oder sowas gesehen. Vielleicht. Auch noch nichts gehört. Ich gucke mal ganz kurz mit dem Parabol-Mikrofon. Okay, ich habe hier eine 0,3. Vielleicht ist es ja doch oben. Ich glaube, ich habe die gleiche Raum gefunden. Oh Gott, ja. Ich habe gerade einen Screen bekommen auf dem Parabol-Mikrofon. Ist hier der Raum oder ist hier nebenan noch ein Raum? Nee, da ist eine Toilette, glaube ich, oder? Also entweder die Toilette oder der Raum. Müsste es sein. Äh... Zum Glück bin ich ja prepared. Okay. Ich habe mich gerade erschrocken. Mein Monitor ist gerade ausgegangen. Warum auch immer. Grafiktreiber. Wahrscheinlich. Grafikkartentreiber. Aber alles gut. Ist wieder da. Ja, der ist hier in dem Raum, wo er alles rumgeheated hat. Okay. Dann kann ich ja gleich mal... Ist hier noch EMF irgendwo? Nö. Ah, nee, EMF mehr. EMF haben wir nicht mehr genommen. Ich habe EMF mitgenommen. Alles gut. So. Jetzt hat er wieder was geheated. Die glauben die gleiche Dose wie gerade eben auch geheated. Okay, EMF 3. Dann lass mal holen. Stuff holen. Ja, ich guck gerade. Oh, Fingi, 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 Fingi. Ja, Fingi ist nice. Fingi ist. Aber kein EMF 5 bisher. Mal gucken. Ich bin mal gespannt. Ich weiß jetzt nicht... Ey, ich weiß nicht. Haben wir vielleicht einen zu freundlichen Geist? Nee. Nee, das glaube ich nicht, oder? Glaube ich auch nicht. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass er super slow ist oder so. Okay. Nimm ich auch Dotz und ein Buch mit. Und du hast deine Spirit Box, oder? Da brauche ich keine zweite mitnehmen. Nee, brauchst du nicht. Kruzifix mit. Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Oh, kein Gin. Wo bist du? Wie alt bist du? Ist das EMF 5? Immer 5? Bist du hier? Gobio, Obake oder Meiling? Ich pass auf Riding zu hoffen. Ich geh mal derweil den Breaker wieder anmachen. Sehr gut jetzt. Ähm. Schöne Fingis. Schöne Fingis. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass es so ein blöder Gorio ist. Hm. Ja, Kamera ist hier drinnen. Ja, jetzt muss ich halt durchbeweisen. In die Grau, wo soll ich meinen Truck? Alles gut. Ich stehe draußen. Warum machst du denn hier? Ist schon ein Truck, ja. Nee, nee, alles gut. Ich stehe außerhalb des Raumes. Ich meine, wenn wir Dotz sehen, ist es sowieso automatisch ein Gorio, weil wir drei Beweise haben. Also... Kann ich jetzt EMF 5 sagen, dabei wissen wir das ja schon. Alles gut. Ja, bei der Kamereinstellung sieht man gar nichts. Ja, bei dir. Also, ich stelle sie wieder hier hin, dann kannst du wieder genug sehen. So? Bei dir Obake Gorio. Na, Obake wäre Freezing, oder nicht? Nee. Freezing wäre Gin. Orb. Orb wäre Obake. Aber ich habe jetzt auch keine Ops gesehen, also wenn ich Obake jetzt... Er hantet. Hat er genau passend abgewartet. Ich versuche gerade herauszufinden, ob es ein Milding ist. Ich höre halt absolut gar nichts, aber es liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich im Addict bin. Ich habe nichts gehört, also, keine Ahnung. Ich bin überfordert. Du bist ein Potenzial, Milding. Ich mache mal Addict Light an, damit wir... Aber der hat nicht hier drin angefangen zu handeln, definitiv nicht. Nö, der hat hier draußen angefangen zu handeln. Dann lege ich mal einmal Dots und Buch mal hier irgendwo hin. Ich kann mir gut vorstellen, dass halt ein Milding ist. Na, ich will nicht gegessen, das ist mein Problem. Oh. Also, entweder wir bekommen den same Input von einem Hunt, aber da müsste ich halt runterrennen, wo der Geist halt auch hingeht. Ich habe halt aber auch gar keine Schritte gehört. Aber Milding würde vielleicht auch erklären, warum ich direkt einen Whisper auf dem Parabol-Mikrofon bekommen habe. Mildings? Der hat von links von unten... Oh, shit. Ich bin genau... Ich bin genau reingerannt. Das war meine Schuld. Das war definitiv... Nee, nee. Das war definitiv meine Schuld. Ich bin manchmal so dumm. Das ist echt unglaublich, oder? Oh, der ist wirklich super slow. Lerga, komm her. Komm her, komm her. Er ist Milding. Ja, ich kann jetzt schon nur deine Schritte hören. Nicht die vom Geist. Ich höre nur deine Schritte. Und ich stehe hier als Geist an der Treppe. Das ist fertig. Wollen wir gehen? Oder? Okay. Da ist es Milding. Nee, nee. So, Milding. Auf Riding hätten wir Ewigkeiten warten können. Ja, aber die Erzone hat halb erfolgreich. Ja. Ohne Grund. Ohne Grund mit MR5. Mimik kopiert ab sofort auch die Beweise. Zu alle Beweise. Aber das wäre echt cool. Ey, das wäre echt cool. Milding, yay. Aber ich glaube, das wäre dann noch leichter. Ich komme während einer Jagd. Ich bitte auch während der Jagden kommen. Anscheinend nicht. Okay. Neue Runde, neues Glück. Diesmal hoffentlich ohne Sterben. Einmal haben wir geschafft. Das ist übrigens, Leute, die zugucken, wahrscheinlich die letzte Weekly Challenge vor dem großen Phasmo-Update. Und ich bin schon so hyped. Ist heftig. Ich freue mich richtig auf das Level-Reset, auf die neuen Items. Und einfach mal wieder richtig Spaß haben zu grinden. Das wird richtig cool im Phasmo. Zumal du es ja immer wieder machen kannst dann. Oh, ich habe noch einen Slot frei. Du kannst ja immer wieder reseten und immer wieder von Null von neu anfangen. Das ist so cool. Gehst du gerade nach Breaker gucken? Aber der ist diesmal nicht hier. Aber wir haben diesmal hier in diesem kleinen Büroraum. Ganz am Anfang haben wir einen Heiling-Spot. Ah, hier ist der Breaker hinter der Uhr. Ist genau vorbei gelaufen. Ne, ich mache erst mal Parabol-Mikrofon. Oh, ich habe immer was... Oh, warte mal. War das hier? Hast du hier irgendwas geworfen, Geist? Ich rede gerade mit dem Geist. Ich habe mich gerade gefragt, ob er hier irgendwas geworfen hat. Aber ich glaube schon. Oder war es vielleicht hinten? In der Küche oder so. Also hier haben wir so 8 Grad die ganze Zeit. Ah, ja, hier. Ähm. Küche oder etwas weiter hinten? Oder... Hier haben wir 11? So im Schnitt. Ne, das ist auch zu warm hier. Ist ja vielleicht auch im Büro. In diesem Büroraum. 12. Okay, ne. Ich glaube nicht, dass er hier ist, oder? Was sagst du? Ich glaube, hier ist es zu... Ja, hier ist es zu warm. Hier ist es definitiv zu warm. Im plausibelsten war es wirklich, äh... vorne. Okay, dann gehen wir da mal wieder hin. Aber hier sind 14 Grad drin. 16. Hm. Kann doch sein, dass es was oben war, ja. Das kann es auch sein. Hast du hier Licht angemacht? Ne, was? Oh, nö. Ich war noch nicht oben. Ist da irgendwo ein Licht an? Ja, dann ist ja der gleiche Raum wie vorher. Echt? Und es ist keine mehr? Nö. Keine mehr. Hier war die Stand. Okay. Und Orbs. Ja, hier sind es zwei Grater noch drin. Orbs. Ja, okay. Habe ich verstanden. Dann habe ich das wohl von oben gehört. Tut mir leid. Solange ich nicht wieder in den Geist rein renne, wenn er hutet. Ich dachte, ich schaffe es noch. Das war mein Problem. Also, wir haben Orbs und keine mehr. Frump. Was zum Teufel war denn das? Ähm. Heute kann er gar nicht mehr haben. Nö. Digga, der hat gerade so viel gegetet. Mimik? Aber wir könnten auch eine Mimik haben. Hm. Also, es hat sich... Ich habe es nicht gesehen, aber vom Gehör her hat es sich angehört, als wäre es eine Poltergleisexplosion gewesen. Oder da gehe ich auf einfach sehr nah. Nee, nee, kann keine Poltergleisexplosion gewesen sein. Der Chart sagt was anderes. Wir haben auch keine Fingis. Wir haben keinen EMF hier. Hallo? Bist du hier? Wir haben Freezing. Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Warum funktioniert... Ah, jetzt. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du nah? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Okay. Ja. Nee. Ähm. Also, wir haben keine Fingerabdrücke auf jeden Fall. Und Gefriertemperaturen. Revenant, Eurei... Oh, Alter. Revenant wird krass. Glaube ich nicht mal. Weil so wie es gewirkt hat, hat er nicht mal geupspeedet, der Geist. Und wenn der Geist die Fähigkeit genommen wird, zu upspeeden, dann ist der Rev auch ziemlich nutzlos. Ähm, der hat gerade versucht zu hunten. Ich hoffe, das hast du gesehen. Das habe ich gesehen, ja. Wie viel Sanity sind wir denn? Ich habe übrigens letztens erfahren, dass Onryo auch ein Early Hunter ist. Ähm. Wir sind genau bei 50. Wir sind genau bei 50. Okay. Ey, wir haben endlich mal Smudge Sticks mit Feuerzeugen. Was denn? Das CJ ist heute greedy, oder was? Ich nehme sicherheitshalber noch ein Crucifix mit. Ja, warte mal. Ich packe das mal irgendwo hin, wo ich nicht mischte, dass der anfängt zu hunten, damit wir da lang laufen können. Oh, was ist denn meine Spillbox? Ja, auf dem Trockner liegt die Spillbox. Hier, warte. Achso, warte hier. Ich werfe sie dir wieder hin. Mach du mal. Wo bist du? Ist der Breaker schon wieder aus? Bist du hier? Ja. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Willst du mal draußen? Ja, ich muss mal Lichtschalter finden. Wo bist du? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Wie alt bist du? Na, mehr außer, dass in der Flasche rollt, passiert hier nicht. Wir können einmal nach EMF 5 gucken. Hast du einen EMF-Ball? Nee, ich habe keinen EMF-Ball. Ich will mal schneiden. Ja, wo ist denn der andere? Auf einer hast du auf dem Boden geworfen und der andere liegt noch, äh, hängt noch oben. Na ja, Riding the Revenant, ich glaube, EMF 5, äh, EMF 5, genau. EMF kann es doch gar nicht mehr sein. Der hat die Kerze ausgeputzt und genau in dem gleichen Moment hat er, äh, Zyfix verbindet. Mhm, on Rio? Ich weiß nicht, ob es genau on Rio macht oder ob es einfach nur Zufall ist. Er hat schon wieder hier, der hat die Klorolle hier hingegetet. EMF 5 kann es sowieso nicht mehr sein. Da kann es nicht mehr sein. Oh, shit. Jetzt hat er die Flasche gegetet. Ich habe sowieso, ähm, das EMF gerade versenkt. Opsi-Daisy. Komme ich da noch ran? Ich habe das EMF, glaube ich, Oh, fucking jeez. Hier ist definitiv kein Revenant. Ist schon wieder der gleiche Geistermodell. Schon wieder ein Nakey-Boy? Ist so, die Späden nicht ab. Möchte ich gehen mal woanders hin? Es ist auf jeden Fall kein Revenant. Wie gesagt, davon können wir aber auch nicht richtig ausgehen, ne? Naja, doch. Einen Revenant wirst du bestimmt schon hundertprozentig hören. Warum ist es so dunkel hier? Machen wir nicht dann. Einen Revenant wirst du hundertprozentig hören. Und Ryo oder Yurei? Das ist jetzt die Mission. Oder Hanto. Nee, Hanto nicht. Wir haben keine Fingis. Wir haben keine Fingis. Wir haben keine Fingis. Fingis hätten wir auf jeden Fall schon längst gesehen. Wir haben extra gecheckt nach Fingis. Aber wir haben keine. Ich habe keinen Smudge-Stick. Ich habe meinen gedroppt. Müssen wir noch irgendeine Aufgabe machen? Ja, du musst noch Smudgee machen. Ich renne weg. Das ist mir zu heikel. Mit Smudgee ist die Hände hingeworfen. Licht wieder an hier überall. Ich gehe auch mal Richtung Eddick hoch. Und mache mal Licht an. Ich kann nämlich da auch lupen. Ich weiß nicht mal, welche Curse Possession wir haben. Das ist mir auch egal, oder? Holy schmoly. Warte, 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 warte. Wo ist die Geisterbox? Da, die liegt da. Wo bist du? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Ich würde mit Yuray rausgehen dann, weil Spirit Box wäre Onryo und Revenant ist es definitiv nicht. Ich spiele Fußball. Meinst du Yuray, ja? Ja, ich würde Yuray jetzt einfach sagen. Weil es ist kein Revenant, hundertprozentig nicht, und wir haben keine Spirit Box. Und wenn es jetzt doch ein Onryo ist, dann well played. So. Well played. Mal gucken. Ich habe gesagt, es wird man nicht. Was? Ich schätze mal, die haben das ausgeschaltet, dass der Speed upt. Das heißt, du brauchst alle Beweise? Und das ist fies. Das ist fies. Aber ich kann nicht sagen, dass ich erfolgreich zweimal Revenant geloopt habe. Ja, okay. Machst du eben Psycho, ja? Du kannst erst sagen, dass du dein Profi bist, wenn du den Revenant um den Küchentisch rum... ... hier um diesen kleinen Kaffeetisch an der Couch... ... dann kannst du sagen, dass du ein guter Phasmus-Spieler bist. Das ist ja richtig fies. Das macht es ja richtig schwer. Easy peasy ist ja quasi wie so eine Profi-Runde. Aber anscheinend ja nicht. Entscheinend ja nicht. Achso, ich muss dann meinen Taschen noch anmachen. Alter, der ist in der Küche. Ich hab die Tür aufgemacht und da fliegt mir gleich so ein Teller entgegen. Oh, wo er liegt. Ich hab keine Kamera mitgenommen. Ist egal. Foltergeist. Freizeichen. Mal gucken. Das werden wir bestimmt feststellen. Vielleicht auf den Breaker. Willst du noch nach Orbeez gucken? Oder... Ich hab schon nach Orbeez geguckt, ob jetzt keiner entdeckt. Was soll ich noch machen? Meine Taschenkette. Auf der anderen Seite. Ich bin auch nicht wieder. Ich hol jetzt mal ganze Zeugs hier. Das ist jetzt keine Ops. Definitiv nicht. Okay. Okay. Was ist er hier? Dein... Oh, Ola. Was denn? Ola. Achso. Uh. Hab ich gar nicht gesehen. Wo bist du? Bist du hier? Bist du nah? Bist du freundlich? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Alt bist du? Bist du hier? 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 Okay, ich glaub nicht, dass es eine Spiritbox ist. Können wir später nochmal probieren. Warte, warte, warte. War der Kopf über hier drin? Aber hier ist er nicht. Doch. Ich hätte da gerade drei Grad. Oder hat er schon geistert ihr Raum gewechselt? Da wirkst du, als würde er auf dem Teppich sein. Er ist nur auf dem Teppich. Und auf dem Teppich am zähltesten. Das ist, das ist, äh, der, das ist ein spezieller Geisterraum, nennt sich Teppich. Ja, hier drüben habe ich 13 Grad. Ja, aber guckst du auch auf den Boden, quasi? Ja. Darum habe ich 12 Grad und hier in der Mitte haben wir auch jetzt 12 Grad. Dann können wir aber ja eigentlich schon mal Gorye ausschließen, rein theoretisch. Wenn es jetzt wirklich ein Geisterraumwechsel ist, guck mal in den Nachbarräumen nach der Temperatur. Aber wenn du sagst, es waren Dots, dann kannst du sowieso kein Gorye sein. Ja, der ist hier. Schon wieder? Schon wieder im Wohnzimmer? Der geht da immer hin. Chillt. Wird hier geloopt. Ähm. Soll ich nochmal Spirit Box testen? Ne, ne? Kannst du ja gleich machen. Doch? Soll ich machen? Oh, den Breakout gemacht. Okay, kein Gin. Warte mal. Wo ist denn? Ach, hier. Wo bist du? Bist du hier? Oh, Digi. Spirit Box. Okay. Einfach abgehauen, der Geist. Kann man eigentlich keinen Spirit Box bekommen? Oh nö. Grandios. Ich hoffe, wir können uns hier verstecken, sonst sind wir, glaube ich, richtig fucked. Wir können uns nicht hier verstecken. Wo bist du hin? Wir sitzen in der Badewanne. Okay. Ich würde jetzt halt in einem normalen Spiel instant sagen, Revenant. Was haben wir denn jetzt? Nur Geister Box. Oh mein Gott. Kann ich da was von draußen holen? Ja. Ich glaube, ich kann mal eine Kamera holen und Salz. Lucifix. Das ist immer noch aus. Das ist immer noch aus. Ach so, ups. Ja, ich gehe von der Seite einfach wieder rein, dann mache ich die wieder an. Ich mach das. Warum hab ich so... Ich hab weniger sind jetzt. Aber nicht viel, weniger. So fünf Prozent. Crucifix nämlich mit und Salz erst mal. Ich hab meine Taschenabendung mitgebracht. Fingis. Fingis? Ja. Phantom, Poltergeist und... Oh nö. Ich lass mal ein Crucifix hier. Nimm mal eine Fotokamera mit. Vielleicht zeigt mir Geist sicher. Oh, Hunt. Ach, sag bloß. Ich will grad springen mit Leertaste. Schlauer Bub. Hallo Geist. Schon wieder vorbei hier. Hab richtig... Ich glaub... Ich könnte mir vorstellen, dass es ein... Poltergeist ist, ja. Was wär denn Poltergeist? E-Malf-Fünf? Nee, E-Malf-Fünf kann's nicht sein. Dots wär Phantom, okay. Es ist Riding. Weiß Tabu. Es ist ein Poltergeist. Oh, dann haben wir Poltergeist raus. Oh, endlich. Na? Ach, Mann. Oh, ich weiß nicht wohin. Oh Gott. Schrainer. Elip. Okay, ja. Der Geist ist absolut slow. Und der hat mich schon... Ich geh nicht mal. Der ist schon die Line aufs Zeit von mir verloren. Dumm Kopf. Jetzt kommt er zu mir. Oh, ich kann da nicht lang. Ich bin tot. Toll. Toll. So kurz vorm Ende. Stirbst du jetzt einfach? Ich wollte den Dio-Move machen. Ich bin in den... Ich wusste nicht, wo ich bin. Und bin in den Geist reinbereit. Ich bin so dumm. Egal, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Nicht schön geschafft, aber wir haben's geschafft. Was für Bullshit. Ich war für eine Sekunde so verwirrt. Dreh mich um. Und dann auf einmal stehe ich wieder an der Treppe. Oh nein. Was für eine chaotische Runde. Anscheinend ist es genau die, äh, die Art und Weise von, ähm, Challenges, die uns challenged. Ja. Alter, Alter. Langsam begeistern. Wir kommen gar nicht klar. Oh, ich dachte, du bist tot. Ich bin tot. Mein Spiel lädt nicht. Eine Sekunde. Wir sind gleich wieder zurück. Da sind wir auch schon wieder zurück nach einem kleinen technischen Defekt. Ähm, mein Spiel ist abgeschmiert. Deswegen. Aber immerhin zählt für mich die Runde. Was auch sehr gut ist. Dann können wir jetzt nämlich einfach noch eine Runde machen und dann ist es wieder gut. Jo. Das war, das war sehr aufregend. So ein Trottel bin ich manchmal. Du musst einfach für eine Sekunde nicht wo ich bin und dann bin ich tot. Passt schon. Ja, das ist genauso wie ich. Ich wollte den Dio-Rund-Trick machen, dass man einfach ganz dicht in der Ecke läuft. Und dann einfach um den Außenrum läuft. Aber der Geist hat jetzt nicht so mitgemacht. I see where this is going. Warte, jetzt ist es nicht so toll, dass ich das mache. Du hast deine Kamera schon wieder verloren. Ja, ich wollte gucken, ob ich alles bei hab, was ich bei haben wollte. Okay. Die Runde muss jetzt langsam mal echt gut werden. Wie selbstsicher wir zur Tür gerannt sind, die Tür sich schließt und wir beide einfach sterben. Das war schon echt witzig. Ähm, ich hab irgendeinen Schrank oder sowas gehört. Äh, ja, ich hab hier auch einen 0,8er Ausschlag, aber ich weiß nicht wo. Es hat sich angehört wie, wie, ähm, Breaker. Als hätte jemand den Breaker bewegt. Ja, ich hab den Breaker bewegt, mein Freund. Ach so, Mann. Hey. Aber, aber ich hab hier hinten irgendwo, ja hier ist ein 0,6er Ausschlag. Direkt hier wieder. Es ist wieder der alte Raum, haben wir wieder einen Poltergeist. der uns dann absolut kaputt macht. Und erst mit Licht. Ich hab einen Stream bekommen, von hier hinten. Bist du in dem Raum da? Ich guck jetzt mal mit dem Thermometer. Ja, hast du einen Thermo, ja. Naja, wo der Potenzial sein könnte. Vielleicht ist er ja wirklich nur hier. Nö. Also das ist ja auf jeden Fall nicht. Er muss da irgendwo in der Stunde sein. Ach, hier ist er. Hier ist er. Hier ist er. Wir haben Orbeez. Wir sind auf Toilette. Auf Toilette? Ja. Oh. Auf Pupshaus. Auf Pupshaus? Aber wir haben ja noch 13 Grad. Aber hier sind Orbeez drin. Äh, Mimikverdächtig. Obake? What the hell? Okay. Das sind Obakefingerabdrücke. 1, 2. Ja, stimmt. Das sind Obakefingerabdrücke. Aber irgendwie bin ich gerade so ein bisschen... Obwohl... Nee, Mimik kann keine Obakefingerabdrücke machen. Das muss ein Obake sein. Heißt du? Mimik kann nicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, ich habe letztens gelesen, dass Mimik keine Obakefingerabdrücke machen kann. Ja, sie wurden übertüncht. Er hat seine Beweise vernichtet. Ja, dann lass rausgehen, oder? Wollen wir noch ein bisschen was sammeln? Oh, nö? Also, ich meine, nach den letzten zwei Runden, würde ich sagen, finde ich das schon ganz geil, wenn wir jetzt einfach so einen Easy Win haben. Das war ja jetzt echt Glück. Hä? Hat der versucht zu handen? Nee. Er war nur viel bewegt, glaube ich. Das ist der größte EMF-Spike, den ich jemals gesehen habe. Wenn sie jetzt ein Mimik ist, raste ich aus, ne? Ohne Hand. Na ja, dann machen wir halt noch eine fünfte Runde. Aber ich bin der Meinung, Mimik kann keine Obakefingis machen. Er kann alle adaptieren, alle Fähigkeiten adaptieren. Ich glaube, er kann keine Obakefingis machen. Ah, Obake. Ja! Sehr gut, siehste. Und wieder ein paar Level mehr. Yo. 30 Level wieder dazu bekommen. Und, ähm, es war sehr schwer, in Anführungsstrichen. Eigentlich waren wir nur ein bisschen... Wir haben uns einfach nur dumm angestellt. Wir haben uns einfach nur dumm angestellt. Aber, alles in einem lief es ganz gut. Und, ähm, ich bin sehr zufrieden. Nochmal 30 Level vor dem großen Update. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass es euch Spaß gemacht hat. Ähm, wenn die Möglichkeit besteht und wir dafür Zeit haben, dann würde ich ganz gerne auch noch zum neuen Update ein paar Videos machen. Aber, das werden wir ja dann sehen, wenn das neue Update raus ist. Ich bin auf jeden Fall mega aufgeregt. Und, ähm, hoffe, dass du mich begleitest, Steve. Auf jeden Fall. Auf dem Phasmo-Wege in das neue Update. Und, ja, dann würde ich auch einfach sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und, äh, bis nächste Woche. Vermutlich mit dem potenziell neuen Update. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.